Montana Ushia! Montana Black 77 wieder da! Los geht's! Wir fliegen auf der Nähe! 77! Ich fand meinen besser. Falls jemand an meinen Cutter bitte blende diesen TikTok ein. Mit dem kleinen Jungen, der Stimmen nachmachen will. Ich bin Sasuke Ushia. Sasuke Ushia! Okay. Tschüss! Nächstes Mal bin ich erst. Es steht 2-1. So. Warte mal. Mal nachgucken, welcher Planet. Warte. Ob sie Sanya oder der andere Lila war. Äh, ja. Wer ist Sanya? Werte. Äh, Vesanya danach kommt Novus. Äh, da hinten ist... Ah, äh. Vesanya. Vesanya Mond. Oder Novus ist der Mond? Ne, Novus ist der Mond. Vesanya ist der Mond. Ich hab doch gesagt, Vesanya ist der Mond. Ich hatte dann gesagt, Vesanya ist der Mond. Ich hab volver gesagt, Vesanya ist der Mond. Ja, ja, ist der Mond. Vesanya ist der Mond. Vesanya ist der Mond. Äh, also sehen wem, Alien-Base aber nicht in der Nähe ... weil ich habe ein solches Leben aber nicht in sich so gut wenn wir sind zu überlegen auch er hat mir auch ein bisschen zu erledigt Prozent aber wenn er kann beschleunigen mit weh der Ausgabe der Aktierkirche er habe ich daran die Haare schweizig er ist ziemlich gefährlich und zu packen also ich hätte ich finde es nicht hübsch und das ist ein bisschen zu giftig aus hier der dieser Fall ist ja so wichtig die Logik man ist aber bisher der Raketen-Ingenieur das ist eine Beleidigung oh wieder hier ist es ist immer das galt einfach so mäßig von Anfang an wieder wo man eigentlich alles ist wo sie mitnimmt und wie zu verfickten ja guck da war ja auch so gut was auch so gefährlich ja ja ich habe keine Ahnung zweitschönste äh oder dann eigentlich der Staple ist der zweitschönste ja würde ich auch sagen ich finde das hier ist einfach ich finde das nicht so hübsch ich weiß es auch nicht äh aber wie zu siehst du ist er bei dir auch in der Luft? weiner? ja 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 kann ich halt nicht in der Luft? Entschuldig ziemlich krank ah muss nicht so gut wie ich in der Luft halten ja wie machen wir die Grundplatte? oh das sieht cool aus Isaacs hier muss auf jeden Fall die Start-Dings machen guckst du mal an hier ey das ist schon echt geil guck mal wie geil die Welt aussieht ich würde sagen guck mal wir nehmen einfach hier das ist ungare ja warte das hier geht oh fuck oder geht das hier? nee das ist zu lief war doch beim letzten auch sagen wir aber gar nicht mehr weil wir immer rüber gestammt sind verletzt was nicht mehr was im Besuch hier machen ich finde entscheidend um ein bisschen zu werden das sind wir was schon ich hab's geändert und sind jetzt aber auch wirklich ja es sieht jedenfalls nicht mehr so aus ok zählt schon ooooh fuck fuck achso ich glaub man muss ja sagen was in die Richtung gewogen ist den Block hatten wir doch letztes Mal ja ich brauche ich brauche Verlehrer dafür ja ich auch lass die nein nicht da ja war doch nur ein Joke das genau diese richtig für mich zu stellen äh 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 ja wie diese fetten Pilzen ja was ist hier aus warum ja dass ich zeige dir jetzt aber eigentlich was ist so so ja wenn ich's gefühl der explodiert gleich als wir einfach komplett tot das ist ja dann eben auch ein bisschen neu anfangen weil es so eine krasse Exposition ist scheiße ich nicht du bist ins Malager ja stirbt ach so dass kein Platz frei dann warte ich bei dir ne Rampe ok ja nicht das ist ja du wir sind wieder da entschuldige mich ja von mir aus können wir auch mal ein bisschen höher sein dass wir so runter laufen auf die Plattform wieso? ja ja hab ich nicht gegeben ein bisschen anders ein bisschen Abwechslung komm das ist ja genau gerade ich hab keine Hände mehr naja jetzt jetzt hab ich was Oh LOL Jampus Alter da feindlich ist da lange zauber der feindliche? mhm destine freundlich und feindlich friedlich und freundlich und feindlich und feindlich und reindlich und feindlich das ist ja drüber er guckst du an also wenn man es doch gerade macht dann kann ich mir vorstellen dass es gut aussieht aber so jetzt nicht so guckst du an ach voll es hat ein bisschen was ich mag das hat ein bisschen was es sah am Anfang kacke aus auf jeden Fall ich hab fast keine Werte da sind Raketen das war einfach kurz dahin zu laufen wie die Pferde okay damit zur Zeit als sechs mit wenige unsere Videos sehen werden guckt jetzt mal hier an 1 6 was was hast du noch mal mitgenommen was mich abgefuckt hat oh ja ich weiß du es wo ist dein Ammonium hin ja das ist jetzt noch gar nicht eine Ressource nein den werden wir niemals benutzen das ist denen jetzt auf jeden Planeten mit der wird nicht benutzt wir haben es auch diese organische Ressource das ein Zeichen des Friedens der bleibt ja immer in meinem Moment da nein Anna 6 ja von den Gegner das ist so klar Scheiße kann man das wegmachen das ist immer nahe bis zu behindert doch egal ich hasse das und das passiert wie lange ich will das so großlecht eh diesen Pilz muss ich erstmal töten hast du das hier gemacht diese Rampe tut mir leid ihr mich kaputt machen ich will das nicht dass ich das ja das ist ein anderes Land du kannst nicht guck mal guck mal guck mal ich Loot ich will gerne diesen Pilz hier töten äh ach stehe jetzt nö ich finde der passt so in den Raum bitte lasse ich nicht bitte was scheetet die kannst du direkt Bäume wegmachen äh was für Bäume äh die die durch die Plattform durchschlagen ne da finde ich ja also wenn die Bäume weg müssen dann muss doch der fette Pilz weg nein Digga die Rage hat natürlich gesehen kacke aus aber der Pilz hat was das Ziel ist es dann macht die Bäume selbst weg also die dann kann man ja an die Messe so reichert die Bäume weg da weiß aber wie man mich überzeugt wie ich da was da unten ist ach so ne ist ne Batterie von mir die vorhin drunter gehoffener Wasser sehen komm mit Baby ey lass mich doch die Batterie da hoch dann hör auf sie zu erweitern die Plattform oh einfach so ein bisschen Loch ach so was hast du von gemacht um Cheetah Cheetah so tapfer und mutig so freundlich oh jetzt können wir vorstehen oh mein Gott ist das gefährlich kann man nämlich für mich noch so ein Gelände hinbauen das ist eine Löhre ich habe mich er diese Typen bei Glaciotte da gewohnt haben die haben einfach den ganzen Berg abgeworfen sich die grisiger das hat er in der Nähe weiter die Zeit Kultüten ständigen ich werde hatte ich fangen jetzt an mit einem kleinen Drucker ich dachte nach dem Arbeiter er hat eine neue Leiner Generator ist nicht Prozent Prozent kleiner Drucker kann man es war mit dem Schriftet sie sind auch wieder in den Anpassungen das war jetzt um eine kleine Plattform der Gärten mit dem Motoren wird hier der plattform so dass ich mal ein qtrt generator der kohle hat ergeben jetzt dass die was ich als erstes baue das wo mir eine abgeht ja weg damit und sich die doch dummer weg bei der KTG in der Insel der ist da war die Ecken bei die Abend in den Antwerpen und 20 die erledigt werden Wo ist denn dein Akku? Mh, nein? Du fängst jetzt an mit den Plattformen. Alter, ich sag, stört doch der Scheißpil. Nein! Hier kommen dann die Forschungsstationen. Ah, die passen. Scheiße zu Scheiße. Ja, genau, jetzt zur Abtrennung. Ja, okay. Kommt hier der genere... Ich mag es, wenn Leute ausgegrenzt werden von Münz-Pilze sind. Partplattform ist fertig. Ich weiß nicht. Also, jetzt? Leute, ein Pils-Ager-Kader untergefallen. Ach, was ging Pilze? Ah, wir haben sogar Lager einfach. So, da startet es. Äh, kann das so klein sein? Habe ich schon. Wo? Ja, ja. Du kannst jetzt den Sau-Sau-Sau-Stopp-Generator hin machen. Ähm, wir machen es wie immer, dass da eine Mittelgröße links ist und der kleine rechts. Wir wissen aber, wir sind keine rechtsextremisten. nicht hoffentlich die Felsdorf musstest du von mir wissen dass ich ausländer bin ich kann zähler der Aufnahmes an 5 verdammt jetzt kennen sie die Wahrheit ich mag keine Ausländer stirbt ich mache jetzt einen großen Drucker weil es macht mich jetzt schon wieder wütend es ist aber auch einfach so es macht einfach wütend äh äh achso die QTRTGDGDG Negratoren hast du irgendwo was da noch? ja in meinem Inventar aber noch wichtiger ist erstmal größte Drucker und das ist hier gerade der Arzt am Zugang ja ich weiß ich finde das gut dass ich das kann ich auch ich kann das auch ich mach's nicht ich könnte aber ich will es nicht es sind ich mache jetzt mal eine Stromplattform ja man ist die letzte Mal hinter der ersten Plattform Also die erste Plattform ist die Stromplattform Wollen wir jetzt wieder die ersten zwei Plattformen Also die erste und dann hinter eine sind Stromplattform oder Richtig, aber die Drücker werden erst umgestellt, wenn wir eine Plattform haben Und der schmelzt um, erst wenn wir danach noch eine Plattform haben Die Drücker wird nur arbeiten Aus Aluminium und ich hab's wieder vergessen Ich glaube, ich habe Kupfer Das ist jetzt nicht so schmarrlich, dass ich kein Kupfer mitgenommen habe Doch haben wir Ein bisschen nur da hast du mitgenommen, ich habe bei dir gesehen Was war das? Alkofa habe ich bei dir, glaube ich, mal gesehen Mama, hast du jetzt eigentlich mein Ding geklaut? Mein Harz war jetzt eine Plattform Ich habe wieder hier hart gefahren Sonst würde ich gar nicht hart zu fahren, mitzunehmen auf meinen Planeten Ich habe noch hinten mehr Platz, außer du hast bedacht, was ich nicht bedacht habe Was? Ich mache hier mittelgroße Batterien hin Das waren richtig viele Ich weiß Oh, wie geil Ich habe gerade extra für ein neues Lager, eine neue Herr, warum denn? Weil das dann geil ist Ach so, stimmt, wir könnten auch eigentlich mal eine richtig große Plattform eigentlich machen Weißt du? Also warte, hier beim Vierer-Ding Ich habe bei zwei, habe ich ein großes Lager jetzt, ja Hier eine extra große Plattform Nein, wir können nicht Was hast du erlernt? Äh, beim Zweier, äh, ein großes Lager Äh, warte mal Das interessiert mich gerade noch mehr Was? Was denn das gelernt? Geheim Oh, scheiße, da ist er jetzt nicht so klug Egal Extra-erweicherte Plattform Ja Mit drei Hartz Weil es kostet nur drei Hartz Wie eine B Nur gleich Nee Weil ich, ich glaube, ich habe gerade eben schon gesehen, wie es aussieht Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle Und selbst viel zu groß Also, zu krank geil Ist ein bisschen langsamer, hast du ein Gemisch an manchen kleinen Generatoren Wir haben doch einen Schmelzofen, Eisex Ja, ja Warte, mach mal kurz in großen Drückerpause Machen wir ganz kurz den Schmelzofen hin Schmelzen, das ja, ich sag, guck mal, wie smart ich bin Cool, schon Verstoben Ja Wo ist der Konterkinderator? Hier Oh Ja So Nein, nicht so viel Nein Das ist der Heilige So mutig und da war, so feindlich und schwul Hast du gar mal in drei Hartz geglaubt, was so einen großen Drucker abgefallen ist? Ja, bauen wir dahin Mach Ja, nein, das kann man dann tun Ja, das ist ja Also, er ist da kurz mit verbraten in den Wagen Ja, da Jetzt, wir sind jetzt ja Das ist ja Und das das wird es nur für ein Euro auch wir haben sogar keine Worte wie mitgenommen der noch keine Basisien mitgenommen ab und und in die und um alle Startschwunschreihe ja jetzt war er schon mehr und trotzdem hat sich richtig gelohnt so wenn ich so aus als wird das Erzüge die Hilfe benötigen Mama aus ich habe mir jetzt einfach eine Plattform drangebaut ich glaube die ist einfach der hässliche Wideratorum ja ich glaube es genau dieselbe größe nur in hässlich so mit diesen längeren füßen hier wenn das genau ist dann werfen wir einfach da hinten in den wald dann wurde mir noch ich schwere ich mache das außerdem die einstaltplätze mehr ich glaube das ist dazu da damit man zum Beispiel dann keine Verlängerung brauchmäßig und das einfach Geld größer als später alles aussieht so dass mehr Platz braucht und so aber ich sage es sei jetzt Prozent die Kälte so ohne dass er die Ländle zu erlernen ich glaube du kannst einfach auch zu ich habe eine Haarsquelle tun dann fangt der ganze Zeit hat ohne dass die Haarsquelle weggeht wie immer hat man ein Stahl erlösen in den Bauern um die Wette mit Eisen naja so wie ich das Spiel kennen kann zur Eisen erst auf dem übernächsten Planeten machen dann soll er ich so wie ich es kenne durch das Video richtig die Erlösung an oder aber das ist eigentlich wenn man den Generator wieder an habe ich so ich kann an gucken jetzt äh es sieht mir wirklich danach aus was was ne ich verbodelt es yeah einmal gucken wie es aussieht lass mal los damn ganz verbodelt ja hier ist Rewin hier rein weg ja genau aber ein bisschen weiter weg warte ich sehe das hier so ja warte gepär naja nein da ist mein Energieding ach scheiße weiter weg warte einfach hier zu bauen hier zu bauen ja genau ich meine ich würde uns schön zu bauen ja 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 scheiße schreiße 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 ey warte halt mal bisher ne ne ja warte ne hehehe hehehe scheiße ja das war das war und so mehr nötigkeitsige Plattformen gebaut die verbodeln wir jetzt einfach was ist Ziel von Minecraft ja mann ey du kannst dann Pistolen bauen und so ja es gibt hier verschiedene Planeten es gibt die Postkämpfer es gibt die Postkämpfer große nein große noch schnell zum Siegen es gibt ja auch wir sind gerade auf die Sarnia und das ist das Schlimmste guck die Arthrox das ist ein richtig fetter Goblin jetzt geht auch weg es decken deine Videos jucken keinen es ist das im 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 uns im japanischen Werbevideos Tore Nürnberg Mai jetzt auch gegangen er ist es mir er hat die Ereignungsblock ein Niedachmehrungen wir haben ja das Lager aus zumachen Möre ja also nev nicht also so man oh ach so ich hab die Karazien gefunden warum findest du die Karazien so krass äh also lass mir mal was nachgucken ich glaube der nächste Planet ist er richtig unnötig ja denn brauchen wir keine Nüsse oh doch da gibt es Eisen echt jup und Lithium also hier müssen wir eigentlich gar nichts mit mir auf die nächsten Planeten hier gibt es Italien ja aber jetzt ist das Spiel spannend ich habe ja ich habe schon nein nein also weil man mich daran kann wenn man halt kein Eisen hat ja du wolltest halt nach einer Folge der Planeten machen ich habe schon wochen sie gestanden äh und die Fahrer nein ich bin da ich bin es mir aber nicht festhält ja ja jetzt ist alles endlich um eins verrückt na so so danke das kommt da hin danke so dann mache ich einfach noch eine Plattform ein P lol das ist ein anderer ja ja ADHS rück dich mal so warte erstmal an eine so viele Plattformen brauchen wir gar nicht auf den Energieplattformen ne 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 vorne nein doch nein weil wir ab und zu einfach die QRTGs abmachen müssen aber vor dem haben wir noch zwei Batterien nein nein ja hier ist schon mal einer ich habe einen noch auf meinen Rücken ja leg die hin das ist perfekt ich habe einen von deinem Buggy genommen und warum weil hör zu weil wenn du mit dem Buggy fährst nur den QRTG mit und wenn du solche Kapseln findest kannst du die einfach öffnen mit dem QRTG tschüss ich habe noch einer auf meinen Rücken an nein doch sie bräuchten Graben nein brauchst du nicht doch doch die Verbindung geben dir Strom ich nutze sie auch nicht ich habe seit drei Kanäle keine Verbindung mehr in unserem Zugegefühl doch in Höhlen er hat ja auch ein Harz kann ich ein Harz aus deiner Höhlen nehmen versuch's doch ok ok ich habe dir extra zu Harz gelockt ich weiß ich ist übelst die Harz als das nächste Klinik mit fünf Paletten nur Harz mit mehr die große Verlöder im Jahr im Jahr wenn wir das mehr nein nein doch ich weiß ich auch mal das ist das assiste ich mal die plattform weg ich mache schon eine nächste das zu hässlich aus hier warte mal man hat gebraucht ein abhänger hier auch am ehemal und hier mitgenommen ja gell aluminium du sollst das mitgenommen also werden nur ganz wenig aluminium ich erinnere mich wieder ich kann da runter ja das alumina das ist alles aus der raquete muss mindestens 1 an mei muss aluminium gewesen sein nein es ist nur das aluminium hin nur zur fricking hau ist man aluminium ich weiß wie echt langsam aber auch noch eine plattform für strom weil ich werde dafür eine plattform 1 6 Prozent große Batterien die andere halt ähm mit Turbinen ne was sagst du dazu warum ich bin gefangen rettet mich ok er hat den Dingschirn angefangen zu produzieren was denn äh er zettelte Ruhe ja das habe ich doch gesagt ob wir Aluminium haben nein nein das Ding nehme ich gemisch und gehe jetzt in eine Höhle mit Verbindungen ich will keinen Scheiß kann nicht da machen also man kann es ja verwenden kann man mit der Sachen entlernen bitte ein grabe ich jetzt hier in Höhle ne ich grabe hier in Höhle bisschen grabe vielleicht er sich an ist eine Video von den Typen ähm die hatten auch ein zweites Projekt mal laufen mit dem anderen Typen den keiner mag vom Dorf ja da waren die auf so einem Planeten hier auf dem lilanen und dann hat der andere keine Lust mehr gehabt der dumme Wichser nehm die Welt ist doch gar nicht so schlecht gemacht aber es war Lenni wir haben ja noch nie mehr mit der Niederlande gespielt auch über Erdbeeren nicht wie er die Leute über diesen Epic Geld in kostenlosen Xbox Game Pass im Video hat er nicht eine Rolle kostet im Video und da gab es auch schon hier wir waren aber noch nicht aus dem Video wir haben doch wir sind aber die Namen ersten Planeten der Strom umgegangen und dann hat er umgeheult dass er überlehrt wenn ich mich über eine große was für die Dürmer er genau mit mir im Video fliegen musste ich war mal Special Gäste aber ich habe nicht mehr erinnert wenn man das kommt dann genau als jemand fragt ob ich er die Links von dem Video einschränken hat er gestern äh das Video mit Auflagen genommen die Videos die Videoreihe äh wir müssen Auflagen gehen müssen wir nicht wir sollten aber wir müssen Auflagen gehen wo bist du lass einfach getrennt aufhören nein 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 äh ich mach gerade die Mine die Mine äh geh mal zur Seite wo ich die Rachen gebracht habe ich war einfach nur beim Kompass wo du bist das ist ja gefährlich hier ich weiß auch du kriegst ja einen Zeitpunkt du kannst essen wenn du bei mir bist hier wo wir müssen jetzt aufhören Ice-Dex ich weiß dann komm zu mir alle Leute da gehen wir in unser Bestes die Lieder ja klar ja klar ja ganz erst auch bei mir bist du schon Loser wir haben sogar einen Forschungsgegenstand nach Hause hab sogar einen Forschungsgegenstand nach Hause gebracht Alter schon wieder so richtig steil nach unten das ist auch gut so das ist auch gut so geh dann baue ich hier weiter einfach mit den Welten ja ja ich fühle dich endlich mal an zu warten Hydrazine haben wir nicht in dieser Folge gebrommen äh ich weiß so heißt die Folge Hydrazine ja meine Folge wird irgendwie äh taktisches Bildgas oder das würde heißen warum weil Hydrazine bestimmt getötet ist nur weil es schwarz ist Alter unser Border ist sogar beim Blauen schon zu schwach nein ich glaub das ist einfach ein Heiler gleich mehr oh stimmt ja hab ich naja wir müssen welche nehmen ähm ja das ist ja nicht bei mir bist oh nein nein oh nein nein oh nein nein oh nein nein ich hab da ein bisschen schmal gebaut äh ich nehme mich mit oh ich wollte dich mitnehmen ich muss aber der erste Seite der Lithium sieht ja muss bei der Erste sein der äh äh ich hab der Windung sogar mitgenommen war das ist wichtiger Rorschauke schon bitte 1 1 1 1 1 1 oh ja 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 auch wäre äh ah ja heißt jetzt das Lithium ja ja ich glaube nicht ich hab die Zierung ich bin so gut oh ja ich hab zu viel ja ich weiß nicht ob es Gutigkeit heißt Problem ist dass man leider nicht so viel Lithium braucht ganz einmal Lithium fahren gehen das reicht für diese Welt ich weiß dass wir mitnehmen müssen ich weiß dass wir mitnehmen müssen ne müssen wir auch nicht mitnehmen sie sind ja wollte gerade sagen für Glasjordana aber gibt's auch auf dem nächsten aber halt in den Bergen das heißt es seltener aus äh 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 wenn wir in die Fall jetzt nö dann machen wir weiter weil wir sagen dass jemand äh ehr 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 einkaufen gehen muss keine Ahnung oh mein Gott sind wir dumm nein hehehe 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 sei zinnit sei doch zinnit sei doch zinnit 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 hat man auch für die kleinen Dings gebaut das war klar das war dann auch für die großen Brauch ja oh man mir auch so schlicht auch bedacht ja weil du die ganze Zeit umgehörst äh äh willst du es brauchen das ja da hast du selber nachgucken und hast gewerkt dass man zu nichts braucht warte ich muss das aber gucken gehe ich hier Zink holen oder gibt's auch Zink auf dem Planeten nein nur dass es nicht angeschrieben angeschränkt würde nein gibt es nicht wie sicher bist du dir 2 Millionen pro Cent oder dann mich also was heißt das jetzt und in der nächsten Folge muss einer auf einer anderen Planeten ich also ich hehehe ok ich wusste wenn ich ich sage dann musst du es machen es gab auch gar nicht ein bisschen Spannung machen aber dann fehlt mir auch wie langweilig ist es ist wieder auf den Scheiß äh langweiligen Planeten da oben wieder rum zu gammeln wie so ein Knecht schön dass du den Weg noch nicht fällt das war einfach so richtig wie die Gäste sonst strich die Tore gemacht hat welchen stattlich warte spielen wir jetzt weiter oder nicht nein ich wollte das noch mal kurz zu ändern das ist eine BAM das 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 gesorgt der Regulierung erledigt ist es vorbei Prozent okay er ist er immer mehr Bruder er wird ja auch wenn es steht Euro Euro kommt nicht hoch Joke, hör auf! Das ist ein bisschen witzig. Sind die Krippe bei der Fremde, das ist das Projekt nicht mehr. Ah, okay! Ah! Tschüss! Tschüss!